Ihr seid so lieb und hört sogar auf mich. Das ist ja perfekt. So, ich glaube, ich übergebe das Mikrofon an Patrick. Er wird euch jetzt alles erklären, was jetzt hier so passiert. Und in diesem Sinne, Patrick, du kannst das Mikrofon anschauen. Meine Damen und Herren, ich schalte scharf. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen heute zur Abschlussveranstaltung unseres Jubiläums. Liebe Gäste, liebe Kameraden und Kameradinnen, benachbarte Feuerwehr und auch etwas fahrend liegender Feuerwehr, die den Weg heute ins schöne Erzgebirge gefunden haben, um heute mal zu schauen, wie wir Feuer lassen oder zumindest, wie wir das versuchen. Wir haben ja was vorbereitet, da sind wir dort schon stehen. Bevor ich dazu komme, noch mal was zu den beiden Werden. Die Fahrer der Eilsnitz, die ist ja die größere dabei, das kann man ja auch so sagen. Die hält ja hier den Westschutz vor, wenn wir dann gleich im Einsatz sehen. Die Eilsnitzer haben derzeit 32 Kameraden. Davon sind zwölf ordentlich jetzt gerettet worden. Also die mit den Flaschen, die wir dann hier auch im Einsatz sehen. Und neun Führungskräfte, die wir da haben. Und in Neu-Würschnitz, der etwas kleineren Feuerwehr, der hat derzeit 26 aktive Kameraden. Da sind neun, heute geschützt die Gäde-Träger und derzeit sechs Führungskräfte. Beide Wehrleitungen sind relativ frisch besetzt. Seit 2016 ist im Eilsnitz Marlin Klaus Erleiterin und im Durchschnitt seit 2015 Markus Kestner, der heute nicht anwesend ist. Die wollen heute die Übungen vorführen, um sich zu präsentieren, um mal zu zeigen, wie das Raumanswege bei der ganzen Geschichte. Interessant vielleicht für Besucher noch, die vorher mit der Feuerwehr noch nicht. Die Berührungspunkte hatten bei Ulz hier im ländlichen Raum. Also ich sage jetzt nur eigentlich im gesamten Erzgeburt. Manch sind ja nur ehrenamtliche Feuerwehrleute im Dienst. So ist das auch hier. Also quasi sind das ja Leute, die nicht bei der Feuerwehr arbeiten, sondern die einem zivilen Beruf nachgehen. Und dann im Bedarfsfall alarmiert werden. Entweder über Sirenen oder über Funkmeldeempfänger. Die sehen wir zum Beispiel bei den Kollegen mit dem Rasenmäher rechts an Gürbel. Den müssten wir dann den ganzen Tag mit sich rumschleppen. Und in der Neuzeit, jetzt gibt es auch Alarmierungssysteme via Smartphone, die mehr und mehr Einzug erhalten. Ja, das soll es auch schon zum Vogelblende gewesen sein. Wir, Sie wissen es ja selber, wie das so ist. Es kommt die kalte Jahreszeit. Man macht sich zu Hause gemütlich. Heizt den Ofen ein. Stellt für das entsprechende Ambiente eine Kerze bereit. Macht sich ein Fläschchen Tür auf. Zumut auch zwei oder drei. Und zur fortgeschrittenen Stunde, das ist ganz klar, da schläft die gute Frau schon. Und der Mann, der kann dann mal das Fernseeprogramm bestimmen. Der kann dann mal von Homeshopping wegschalten und mal was anschauen, was ihm gefällt. Und ja, die scheiß Kerzen, die kommen öffentlich vor sich hin. Das ist ja klar. Die interessieren ja, wenn der Mann den Fernseeprogramm dort sich anschaut. Und das geht nur so vor sich hin. Und da wird auch ein bisschen düselig schon. Und ja, also, äh, Pes, das Bier ist eigentlich schon fast leer. Und er könnte sich ja dann eigentlich noch eins holen. Weil es ja eigentlich relativ gemütlich gerade ist. Und ja, das wird er dann, denke ich mal, machen. Dass er da in den Keller geht und sich noch ein Bier holt. Ja, und ja, da sie in den Keller geht und ein Bier holt, da stößt da doch die Oleg zusammen. Ja, und merkt's nicht. Und macht raus in den Keller. Und, naja, das geht dann so. Das dauert, wenn der am Keller ist. Hat er ja jetzt zu machen. Und... Und die ganze Sache entwickelt sich. Ja? Übrigens, es läuft nicht so. Unachtsamkeit sind eigentlich die Brandwursachen mit Ihnen heute. Wir hören es. Der Heimrauchmelder schlägt an. Er kommt aus dem Keller wieder und bekommt das Drama mit. Er kommt nicht mehr rein. Er kommt nicht mehr rein. Er kann der Guten nicht mehr helfen. Er muss jetzt raus. Er muss jetzt raus hier. Und was muss er machen? Er muss den Notruf absetzen. Das Handy hat er am Mann. Er ist es gegenwärtig. Er dreht die 112 und kommt in der integrierten Regionalheitsstelle zu Chemnitz raus. Der Disponent fragt natürlich ab, was ist passiert, wo ist es passiert, wie viele Personen sind betroffen. Wer meldet denn das Ganze? Und er fordert natürlich Ihnen auf. Und das ist wichtig, meine Damen und Herren, dass er am Telefon bleibt für eventuelle Rückfragen. Und die Leitstelle sagt jetzt zu ihm, halten Sie sich bereit, weisen Sie die Einsatzkräfte vor Ort ein, dass die dann wissen, wo sie hin sollen. Und sofort alarmiert der Disponent die Freiwillige Feuerwehr Elschmitz und die Freiwillige Feuerwehr Neue Durchsmitz. Die Kameraden sind natürlich jetzt in ihrer Freizeit für den Straßen gemäht, obwohl das eigentlich um die Tageszeit unglücklich ist. Aber bei Herrn Schubert, da können Sie sich anders einrichten, da muss das abends machen. Ja, woanders wird gebügelt, damit die Wäsche früh fertig ist. Ja, wieder andere, die fahren mit dem Fahrrad abends noch durchs Dorf, gucken sich die Geschichte an, oder durch die Stadt. Und jetzt ist ein Alarm. Und die Kameraden begeben sich aufs Gerätehaus, ziehen natürlich vorher nach das Bügeisen ab, damit nicht der nächste Einsatz folgt. Die Kameraden begeben sich auf schnellstem Weg zum Gerätehaus unter Beachtung aller gesetzmäßigen Vorschriften der SDVU und treffen dann zur entsprechenden Zeit dort am Gerätehaus ein. Am Gerätehaus müssen sich die Kameraden ihre Einsatzkleidung anlegen und die Fahrzeuge entsprechend ihrer Ausbildung und ihrer Funktion besetzen. Wenn besetzt ist, dann fährt der Löschzug ab. Es ist also so, dass zuerst das Löschfahrzeug besetzt wird, das ist das Grundelement des jeden Löschzugs, weil das eigentlich erstmal Wasser für den ersten Angriff vorhält, weil das eine Löschgruppe, also gleich einsatzkräftig befördern kann, weil das Ansatzgerät vorhält, weil wir eine entsprechende Anzahl an Schleutchen und Schrauben vorhält, die wir brauchen. Und im Anschluss landen dann weitere Fahrzeuge besetzt Schubbrennungsfahrzeuge, also die Drehleiter, Tanklöschfahrzeuge zum Mitführung großer Wassermenge und natürlich Einsatzleitfahrzeuge, beziehungsweise weitere Nachschlussfahrzeuge wie Schlauchfahrzeuge, die jetzt Elsen jetzt nicht vorhält, da steht dann jetzt der SE 2000 in Schwellberg dann für lange Regenstrecken, ja, und dann auch noch mehrere andere Nachschlussfahrzeuge. So, der Löschzug setzt sich erkennbar am öffentlichen und akustischen Sondersignal zu einer Alarmfahrt in Bewegung. Die Feuerwehren arbeiten übrigens im Rendezvous-Prinzip, das heißt, die fahren von ihrer Woche aus den Einsatzort an, der erste Gruppenführer übernimmt dann den Einsatz und gibt diesen dann beim Eintreffen des Einsatzleitsfahrzeuges zum Zugführer ab, so dass wir uns also nicht vorher irgendwo treffen, sondern dann eben davon abkommt, wo sich das Ereignis, wo das Ereignis stattfindet, welchen Feuerwehr zuerst dann eintreffen wird. Ja, dass das jetzt ein bisschen dauert, das ist natürlich realistisch. Sie sehen ja die ganze Geschichte, Haus verlassen, ans Gerätehaus begeben, Uli klein, die Fahrzeuge besetzen, rausfahren, die Hallentore entsprechend verschließen und dann die Alarmfahrt beginnen. Die Alarmfahrt durchschwürgen, das sind auch mittlerweile die umsichts anderer Verkehrsplanierung, da wird auch noch ein bisschen zur Seite gefangen. Dürfen, den dann auf der Boden zu lösen. Dürfen der Laufbahn, die Hände von den Händen, den dann der die Händen übernimmt. Die Händen übernimmt dann das so gut her, die die Händen übernimmt dann. Okay. Zugführerin Marlene Klaus erkundet die Einsatzstelle. Gruppenführer vom ersten Fahrzeug ist der Erich Wolf. Der bereitet den Innenangriff vor und wir sehen sofort, auf der rechten Seite beginnt der Abschnitt Innenbrandbekämpfung. Auf der linken Seite baut sich der Abschnitt Außenbrandbekämpfung beziehungsweise zweiter Zugang Rettungsweg außen auf. Gerade bei höheren Etagen ist das dann natürlich die Geschichte mit der Drehleiter das Mittel der Wahl. Wir sehen schon, es ist schon ein Druck, also zwei Einsatzkräfte sind schon mit Pressluftabler abgestiegen. Das ist der sogenannte Angriffsdruck. Die rüsten sich also schon während der Alarmfahrt mit PA aus und dann sofort ins Anteblick vorgehen zu können. Die nehmen jetzt mit für die, für das Stichwort Menschenrettung, wir haben ja eine betroffene Person, zusätzlich eine Brandfluchtkaufung, mit der sich die Person durch erbrauchte Bereiche führen können. Und die führen eine Werbebildkammer zur effektiven Persönsuche im dichten Rauch. Weiterhin führen sie mit Leiden, um sich selber zu sichern, beziehungsweise den Rückzugsweg zu kennzeichnen. Die führen mit einem Strahlrohr für eventuelle Brandbekämpfung, die auf dem Weg zur Person, also im Anstieg. Und die führen ein leichtes Brechwerkzeug mit, um eventuell Wohnungsfirmen aufbrechen zu können. Parallel dort hier am Einsatzleitwagen die Artenschutzüberwachung eingerichtet. Das ist unsere Sicherheit. Wir werden alle Kameraden, die den Innenangriff, beziehungsweise den Artenschutz anlegen, erfasst, damit keiner wegkommt. Und wir genau wissen, wie viel Druck die auf ihren Behälten haben, um dann die Rückzugszeit und rechtzeitig zum Befehl zurückzukommen. Parallel sieht man drüben, baut sich die Drehleiter auf. Und hier hat sich mittlerweile ein anderes Blut von der Pär abgehoben. Wir haben dort den Stühmpfurt hochgekommen und wir werden dann, wenn wir uns jetzt vorstellen, wenn wir uns in der Holzschule, ja, in der Stühle, die ist es, wir werden dann quasi von jedem der Zuhörer über den Balkon oder über den Standstab verschieben. Und wir werden dann von jedem der Zuhörer über den Balkon oder über den Standstab verschieben. Auch wenn wir den Berührungsdruck, das ist hier natürlich zu erinnern, dass wir hier, wie viele Personen sind hier bedachteln? Und wir haben ja eine Person untersekt, damit wir uns aufzufinden, was ist auf dem Weg hierhin zu beachten. Also, ob ich irgendwelche Leidungen, die ich abstellen kann, auf 3 Regeln oder so, wenn ich zum Beispiel einen Kellerbereich einsetzt habe, kann ich irgendwo den Strom abstellen, falls dort die Bereiche betroffen sind. und ja, insgesamt haben wir das Bedeutung, wie sind jetzt die Einheit und die Schöpfung, haben wir das Begründung, wie können die Einheit und die Schöpfung der Politik, das ist das Bedeutung zu, also die Einheit und die Einheit und die Bedeutung, das ist das Bedeutung der Bedeutung, das ist das Bedeutung der Bedeutung, und die Bedeutung der Bedeutung, mit demическая Fall ist das Bedeutung trucks für die Bedeutung und die Maßnahmen. Die Tür wird jetzt geöffnet und es wird jetzt ein Blutfluss abgeführt und es ist ein geschütteter Verweigungsanleitungsanleitungsanleitungsanleitungsanleitungsanleitung. Die Tür wird jetzt ein Blutfluss abgeführt und es wird jetzt ein Blutfluss abgeführt und es wird jetzt ein Blutfluss abgeführt. Die Tür wird jetzt ein Blutfluss abgeführt und es wird jetzt ein Blutfluss abgeführt und es wird jetzt ein Blutfluss abgeführt. Die Tür wird jetzt ein Blutfluss abgeführt und es wird jetzt ein Blutfluss abgeführt und es wird jetzt ein Blutfluss abgeführt. Die Tür wird jetzt ein Blutfluss abgeführt und es wird jetzt ein Blutfluss abgeführt und es wird jetzt ein Blutfluss abgeführt. Die Tür wird jetzt ein Blutfluss abgeführt und es wird jetzt ein Blutfluss abgeführt und es wird jetzt ein Blutfluss abgeführt. Wir sehen ein Blutfluss abgeführt und es wird jetzt ein Blutfluss abgeführt und es wird jetzt ein Blutfluss abgeführt. Die Tür wird jetzt ein Blutfluss abgeführt und es wird jetzt ein Blutfluss abgeführt und es wird jetzt ein Blutfluss abgeführt. So, wir sehen jetzt schön, wie sich die Pyrolyse-Gasen-Unterkrankungen ausziehen und die Blutfluss ausziehen. Es entwickeln sich jetzt im Brand auch extreme Brandfaktoren. Es drückt immer weiter die Ferne nach unten und die Brandbekämpfung müsste eigentlich dann verstanden gehen. Sie sehen aber dort, wie schnell sich so ein Blutfluss abgeführt und Sie können sich jetzt auch vorstellen, was mit der rüberwürdigen Blutfluss passiert. Also, wie dort dann zum Beispiel auch wieder eine Krone und das Treffer, die da Blutfluss abgeführt wird. Wir sehen, dass das Mobiliar, das in den Augen war, war jetzt mehr irgendwie untypisch. Also, ich denke, ein Sofa, ein Haustisch und so etwas, das macht jeder, man kann es da spielen. Da muss dazu sagen, dass die Verkaufung selber zusätzlich also nicht sonderlich, äh, und dann sehen Sie, wie schnell das Feuer und die Blutfluss sich entwickelt. Und, was eingangs erwähnt wurde, wie lang das Wasser dauert, bis die Blutfluss ab ist, denn wenn man aufgereiht und der Blutfluss hinbekommt und dann auch im Einsatz ist. Wenn man aufgereiht, muss man immer wieder sensibilisieren, wie sinnvoll ist, das ist zwischen dem häuslichen Impffeld, einem Räumen auf dem Nordrhein-Western, das gibt es mittlerweile für überschaltbare finanzielle Aufwendungen, Und die werden wirklich weg, weil es ist nun mal so, viele Länder, die meistens entstehen, während des Schlafens, oder im Päschlister-Projekt. Und dann kommt so eine Aufentwicklung im dorschen Weg, wo man nur von Pädepunkt steht, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und wir können wenigstens unsere Bildung noch sicher verlassen, wenn vielleicht dann auch, und sich davon entwickeln, wenn wir auf den Pädepunkt gerettet. So, der Hand wieder zurückgedrängt, jetzt noch zu Nachwischen aufheben. Hier gibt es auch das Kreise mit dem Autenschutz, um in der Stadt die Hauptausaufnahme reichzustellen. Und es wird jetzt, wie man sieht, hier absolut eine Fliegelistung stattfinden, und die werden dann mit dem Pädepunkt, der mit einem Unheil, oder, was man sagt, der Reichsteller hat, umgewendet, wird abgelöscht werden, als Schuldenwürde verbraucht, bloß den Papier aus, um im Anschließung des Einsatzes das Objekt übergeben zu können, und möglichst ohne das wirklich nur die Einsatzsteller nicht einmal anbauen zu müssen. So, ich vermute dann, die Meldung, die Feuerwehr aus, ist dann erfüllt. Erfolgt. Hier haben wir noch ein Pädepunkt, ja. Es wird hier noch mit einem Pädepunkt gebückt, aber ich denke, der Einsatzaufbau wird erfüllt. Die Person wird aus der Pädepunkt rausgebracht, das Feuerwehr aus, aus. Dann abschließend die Befehlung, das Feuerwehr aus, Zug ab, das ist fertig, erfolgt. Und ich bitte um einen kleinen Applaus für die beiden Feuerwehr. Ja, hier verschiebt sich eigentlich der Applaus zur gestrigen Eröffnung. Wir hatten gestern den ganzen Tag über Beführungen anderer Hürgenorganisationen, von der Abschleppen, von der Hürgengestattung, von der Hürgenorganisation mit der Berufsfeuerwehr. Und heute haben wir versucht, uns selber nochmal, ein wenig zu präsentieren, zu zeigen, was wir tun sollen, wollen, und auch in den persönlichen Ansätzen wieder in den Bereich steigen müssen. Das alles müssen wir an 15 Jahren vor dem Jahr abschließen, um 24 Stunden im Kopf und des Möglichsten genug Einsatzkraft zu besetzen. Und daher kann ich nur herzlich einmerken, bei steigendem Interesse, auf diesem Gebiet sich bei einem der beiden Feuerwehren, wo der DER ein bisschen in ihrem Wuh ab einzufinden, und dort kräftig mit anzupacken, zu unterstützen, oder der eine oder andere, der sagt vielleicht, ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.